Sauere Worte, du hast die Macht, halt den Mondstein fest und spür die Kraft, du kannst... Ach, meine Fresse, Bruder, ich hab gar keinen Bock mehr, Junge. Wir sitzen hier schon gefühlt den ganzen Tag, Alter. Ja, Junge, aber Bro, wer ist das hier eigentlich? Aber Hamza, aber Hamza, Bruder. Halt die Fresse, ich rede im Knall, du Arsch! Forzi, lass doch das nicht doch mal raus, Mann. Nee, Alter, du hast Bananen geklaut, du Affo. Du hast mich schon 10.000 andere Sachen gesagt, die wir getan hätten. Du laufest Müll, Mann, wir haben nichts gemacht. Ich geh scheiße, Alter, Mann. Aber Hamza, Bruder, kannst du dich nicht wieder rausholen, so wie letztes Mal, Digga. Aber Hamza, Arabischer Onkel. Wer seid ihr? Willst du mich farschen? Du ein Vollidiot, Bruder, wir müssen irgendwie anders hier raus, Digga. Aber Hamza... Ey, Forzi, Forzi. Ja. Bruder, Dingens. Ja, Bruder, was ist so? Ich hab'n gesehen, da oben war so eine Rakete, die ist geflogen, Bruder. Und genau... Oh, Rakete! Da! Guck mal, siehst du nicht! Rakete, 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 Rakete. Aber Hamza, er kommt, er kommt, er kommt. Wir brauchen irgendwo ein Auto, Digga. Wo füllen wir eins? Warte, 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 ey, stopp, stopp, ey. Stehenbleiben! Stehenbleiben! Steig ein, Jungs! Äh... Rau aussteigen! Steig ein! Geh raus! Geh raus, Junge! Aber, warte mal, ist das nicht... Aber das ist aber Hamza? Hä? Aber Hamza? Ich musste gerade so tun, dass ich euch nicht kenne, weil das wäre sonst so auffällig. Ähm... Egal, Bruder, ich fahr einfach. Steig ein! Okay. Adi Allah! Bruder, hast du nicht getankt, Digga? Das ist 2% in dem Ding! Er hat nicht getankt, Bro! Was habe ich gerade geklaut? Und Tank leer. Oh mein Gott. Super. Oh mein Gott. Super. Egal, Jungs. Zu Fuß, wir müssen weiter. Renn, renn, renn. Da unten sind Autos. Warte, ich habe Preßstange dabei, Bruder. Ja, komm. Oder der kommt da, der gewaltig... Komm rein, komm rein, komm rein, komm rein. Ihr seid ein Weg, Alter. Komm! Aaaaaah! Ihr habt meine Mutter in den Affe geküsst. Und dann hat der Auto... Ey, hört jemand, was da hinten ganz ist. Das schreit, Alter. Was labert der Typ, Junge? Ey, warte mal. Unterm Sitz ist eine Waffe, Junge. Halt den Maul. Bro! Mach deine Reifen kaputt, mach deine Reifen kaputt. Kleiner Piss sofort, Junge! Oh, der hat die Reifen kaputt, Junge! Hör auf, wenn wir uns zu schießen. Oh, das klingt einfach wie ein Pokémon-Universum. Aber der hat jetzt fällt Müll. Pikachu, Pikachu! Oh, mein Herr, chick, chick! Oh, mein Herr, chick, chick! Nice, du machst das gut, Oserman. Du machst das gut, du machst das gut. Yes, ich glaube... Digga, er hat einen Unfall gebaut. Er hat einen Unfall gebaut. Er hat einen Unfall gebaut, Bro. Sehr nice. Bruder, wo sind wir jetzt? Was ist das hier für ein Dorf? Let's go... Äh, Digga, was ist hier? Digga, ich habe aber miese Hunger, Digga. Können wir irgendwo was essen? Meinst du, er hat uns noch gesehen, Digga? Oh, ich habe so Hunger. Nein, Mann, Digga. Ich habe... Okay, aber lass mal jetzt essen gegen Ketitzen. Warte mal, ähm, Abu Hamza? Bruder, ich weiß auch nicht, wo der immer hin ist. Der Typ ist ein Magier. Ich sage es dir doch, Digga. Der kann einfach... Ich höre es Magier, okay, Digga. Fish Sticks. Richtig Bock auf Fisch, Digga. Let's go! Erstmal Fisch-Einigsteak. Hallo, Jungs! Hallo! Die Runde geht auf mich, Digga. Ewa! Kein Problem, Habubs, kein Problem. Kein Problem. Ey! Okay, Digga. Ich hätte gerne... Ey, Bruder, guck mal hier. Was? Hä? Guten Abend, meine Damen und Herren. Es ist 20 Jahre Zeit für die Nachrichten. Heute Gefängnisausbruch. In Behörden zufolge sind zwei komische Gestalten aus dem Staatsgefängnis Richtung Norden geflüchtet. Einer der beiden hat schwarze Haare und der andere blonde Haare. Falls Sie eine der beiden Personen auf der Straße sehen, rufen Sie bitte unter dieser Nummer an. Die beiden Personen sind extrem gefährlich und stinken. Unter allen Umständen ist Distanz einzuhalten. Überlegend sind die beiden Männer in Begleitung einer Person, die irgendwie die ganze Zeit verschwindet. Das war's mit den heutigen Nachrichten. Ich möchte ihn einfach in den Nachrichten... Halt den Maul, der ist einfach in den Nachrichten. Ähm, Bruder? Halt dich einfach nochmal, Digga. Digga, ich weiß nicht, ob uns irgendjemand gehört hat, Digga. Wir haben das nicht gesehen. Warte mal, warte mal. Bro, Bro. Bruder, der rennt weg, der rennt weg. Oh mein Gott, warte, warte, warte. Lass mal, lass mal hinhören, was das macht. Warte, was macht? Hörst du was? Hallo? Oh. Da, ich hab gerade die Nachrichten gesehen und die Leute sind hier, die ein Fernseher gesucht haben. Ey, wir müssen zu den... Was, 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 was? Wir müssen zu den Wolfen. Wo ist der hin? Ja, im Cracky Clues, in diesem Restaurant. Das, der, 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 der... Ey, ey, ey! Okay. Ey! Was hast du da gehört, Digga? Gar nichts. Was hast du gehört? Was hast du gehört? Ich habe... Meine Mutter hat gesagt, sie hatte den Tee noch auf dem Tisch stehen. Ja, Bruder, verarsch mit anderes, Digga. Ohne Witziger, was ist der Tee, Junge? Nein, hab ich nicht, hab ich nicht. Wehe, du erzählst irgendjemand davon, was ich gemacht habe. Ja, 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 ja! Was ist das? Ey! Ey! Äh... Ihr Kleidpüfe, Alter, Alter! Ey! Bruder! Ihr habt euch gefunden! Chill, 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 chill! Hände hoch, Hände hoch, unsere Schiefe! Wir haben nichts gemacht, wir haben nichts gemacht! Digga, wir haben nichts gemacht, wir haben nichts gemacht, bitte! Ich habe Hände hoch, Digga! Ey, Digga! Halt deine Pfefe! Nein, nein, guck mal, ich mache das ernst, Bruder, guck mal, ich bin nur weggelaufen wegen der Rakete, ich habe Angst bekommen! Rakete, wo? Ja, siehst du nicht, da kommt sie schon wieder, Bruder, die fliegt da! Ich fliege das nicht so wieder, die fliegt, die fliegt Rakete, Rakete! Ey, warte, warte, warte! Oh, es tut mir leid, bleib still, Forti! Jetzt sind wir in der Macht, steig ein! Wir sind in der Macht, Forti! Steig ins Auto! Steig ins Auto, Mann! Auf die, ich komm! Steig ins Auto, Junge! Forti, geh nach hinten! Ich will in die Pfefe! Okay, behalte ihn im Auge, behalte ihn, ich habe ihn, ich habe ihn, ich habe ihn! Okay, hier ist unsere Geheim-Base! Forti, halt dein Maul! Ich habe schon gehört, was du sonst immer gemacht hast, du Scheiße, Mann! Forti, halt das Maul jetzt, Junge! Steig jetzt aus, Junge, ähm, meine Güte! Steig aus jetzt! Komm mit, lauf! Heide, heide, rein da! Ich habe Popo in der A... Äh? Hier sind... Hallo? Wo ist das denn? Hallo? Hallo? Woher kommt der auf einmal, hier ist der Lemi? Hier hin, Forti! Ich will nicht sterben! Komm jetzt! Verpiss dich, Forti, jetzt, du kleiner... Du hast eine einzige Aufgabe, und wenn du überleben willst, machst du das, was wir dir jetzt sagen. In die Ecke da! Ich will nicht, bitte! In die Ecke! Ich will aber nicht, bitte! Und jetzt verrat uns... Was? Jetzt lösch unsere Akten! Was? Lösch unsere Akten! Wo? Ja, wie, wo? Lösch unsere Akten! Pipi! Ich will endlich wieder ein feuer Mann sein, Bruder, ich habe keinen Bock mehr auf die ganzen Strafverfahren und so, ich lösche unsere Akten! Guck mal, ich habe einen Schuh an meinem Stock! Oder muss ich den auspacken? Muss ich den auspacken? Mama! Mama, Papa! Guck mal hier, Digga, deine Schwester, deine Tochter... Ich esse die Akten, guck mal! Lösch sie die Akten! Nein, nein, niemals! Mach! Mach! Oh, Digga! Guck mal hier, noch deine Cousine, Digga! Die sieht auch noch aus wie du! Ich bin sie, bin sie, bin sie! Lösch die Akten! Ich sage euch, wo mein Gold ist! Lösch die Akten! Ich sage euch, wo meine Pokémon-Karten ist! Okay, wie du willst, Bruder! Okay, ah, nein! Länger! Ich habe noch einen! Ich lösch die Akten, ich lösch die Akten! Gut! Aber ich brauche ein Handy dafür! Oder ein Laptop, oder ein Gameboy, oder ein Playtest! Kein Problem, wir bringen dich kurz hin! Komm mit fort, Junge! Okay, okay! So, hier ist es, Digga! Geh rein, Digga! Da, da hast du deinen PC! Nimm! Wo ist der PC? Wo ist der PC? Hier! Hier! Was ist das? Was ist das? Was ist denn? Oh, nein! Ich sehe es aufgrund, Digga! Oh, Digga! Meine Klicks, Alter! Was ist los, Bruder? Warum schreist du so? Bro, YouTube ist tot, Bruder! Unsere Kanäle! Guck mal, unsere Klicks, Digga! Ich weiß nicht, was ich aufnehmen soll, Digga! Bruder, Digga! Ich weiß, es läuft so mies, Junge! Und ich habe gehört, Digga, die sollen richtig Asche machen, ne? Oh, okay, da ist sie, Digga! Wir müssen mal hier gucken! Ich glaube, gerade ist noch keiner da, Digga! Das ist richtig nice! Guten Abend! Hi! Achso! So, ja! Ja, Sie sehen es schon, ne? Ich bin von der Polizei! Ja, guten Morgen! Morgen auch besonders! Ja, Morgen! Oh, hier ist ein Apfel! Brauchst du hier was? Brauchst du hier was? Ich habe einen Apfel jetzt, ähm... Ja, wir sind ja Polizisten und wir können ja hier einfach essen, was wir wollen, weil wir schützen doch die Stadt! Klopfen, wir müssen klopfen, wir müssen klopfen, Digga! Wir müssen klopfen, 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 komm! Komm, wir müssen klopfen, komm jetzt mit! Digga, wir müssen klopfen, Digga! Streck hier, Digga! Du hast es rausgefunden! Ich weiß nicht, Digga! Oder ich glaube, das war es wohl für immer, Digga! Wir kommen dann niemals wieder raus, Junge! Digga, nein! Wir kommen nicht mehr oder raus! Wer ist der? Ich kenne den Schweißfutter, der ist es! Wer? Ich kenne den Schweißfutter, der ist es!